Hallo, mein Name ist Thorsten Kornblum und ich bin Oberbürgermeister unserer Löwenstadt und freue mich sehr über das 36. Filmfestival. Ein Film, über das Erwachsenwerden, nicht von der leichten Art, sondern eher in der Kategorie Drama, eine bedingungslose Mutter-Sohn-Liebe und ein Sohn, der schnell Verantwortung übernehmen muss. Das eindringliche Beziehungsdrama, das sich konzentriert in dieser bedingungslosen Mutter-Sohn-Beziehung und dazu die tolle Kameraführung, wirklich diese eindringliche Atmosphäre, die dadurch ganz deutlich wird. Bruno ist stark, Bruno ist verletzlich, Bruno ist impulsiv. Das Spiel von Julius Nitschkoff ist ganz besonders eindringlich. Zunächst einmal, finde ich, ist der Film zeitlos, weil Eltern-Kind-Beziehungen sind natürlich über Generationen hinweg immer wieder ein wichtiges Thema, auch im Film. Aber gerade in der heutigen Zeit spielt natürlich der besondere Fokus auf die alleinerziehende Mutter dort eine ganz besondere Rolle und ist deswegen in der Gegenwart natürlich noch mal ganz besonders eindringlich und spielt ein wichtiges Thema an. Die Szene, in der Bruno auf die Frage, wir sind doch glücklich, oder, einen kurzen, vielleicht einen zu langen Moment zögert. The War War Der We Und D Dre Dre Vielen Dank.